wenn wir die jetzt hoch genug hängen die aufbewahrungskiste ja kommen doch da keine zombies ran oder wo hast du die denn hingegen natürlich doch habe ich sie nicht hingehängt ach so ach da sie heute immer so viel party zu hause haben also wir nicht manu schon manu braucht beschäftigung und manu tötet gerne um aggressionen loszuwerden wie sie sonst an mir oder an dritt auslässt ergo lassen wir sie ihr spielzeug haben und das sollte mir erlaubt sein um gottes will ich bin ja auch noch nicht fertig machen sollte mir aber wir haben kann und ich habe ich noch gekocht und ich benutze mal eins und die mir mal noch eins raus ich mache mal hier ein bisschen kohle rein und da kochen auch noch welche anschalten kochen noch welche sind wir jedem dann noch drei kartoffeln und steaks im vorjahr aber bei denen ich bei den stühlen steht alle immer nur verlegen ausrüsten oder fallen lassen welchen spielstuhl man bei dir in der kiste sind noch wie hoch und in meiner kiste sind noch stühle ja hast du siehst die in dein inventar ja was möchtest du für eine farbe da gibt es leider nicht ich habe rot ich habe grün blau und brau ich kann ich kann dir machen ach so es gibt nur es geht nur spezielle farbe genau ich kann machen in grau in schwarz rot grün in blau und in weiß weiß ist nicht wirklich weiß doch hässlich rot ist auch schön kann auch mal rot das stimmt nicht doch ich höre sind deine küche an der küche an keiner bei meiner schmiede bei einer waschküche warum sagt denn meine wir müssen hier die mauer ziehen waren und so geht das nicht ist bestimmt drinnen in der waschküche so guck mal ob sie da winke winke macht weil ich mich jetzt raus die will die wäsche machen wir rennen hier alles aneinander vorbei hier ist keiner guck mal durch unsere schönen wunderschönen weißen an wir können abkürzungen nehmen direkt ins haus guck mal hier ist jemand hier ist der schreier da ist deine freundin vielleicht könnt ihr euch nicht gehalten so also wenn ich sage ich höre ich sag's doch ich hab sie doch gefunden hast du hast sie gefunden ok ich hab mich hier eigentlich das nicht nur eine das ist eine spinne und das ist alles wir können hier die abkürzung durchs fenster nehmen ich bin dass ich bin doch diese schreieren die haben oder was oder kommen noch eine ganze menge die mauer ist dann noch nicht fertig die mauer muss gebaut werden die mauer muss gebaut werden die mauer ist die mauer ist hinter dir ich hab jetzt eine mit dem haus ich hab jetzt eine mit dem haus ich hab jetzt ja auch ein Loch blocken die hat letztes mal ne die hat inkubiertes magisch Oh, ein Loot-Säckchen. Kommt in meine Keule, junge Frau. So. Das ist halt auch das Schöne mit dem Geschützturm. Hier liegt der Sarg. Der Sarg. Sarg? Ein Säckchen. Achso. Sarg. Sarg. Säckchen. So. So. Hör auf zu prüben, sonst schneid ich dir die Kehle durch. Uiuiuiui. Sei nicht so grob zu ihr. Das wird kürzer, kürzer Prozess gemacht mit die Dame. Genau. Feeling about this. Was ist denn da nur los? Wo hast du denn, schau mal, meinst du, ich freue mich, wenn ich in die Eindel auch das ist aber schön in der Einlagerkäste. Ich habe den Birnchen, Nudeln. Soll ich uns mal, warte mal, ich gucke mal, was ich uns schön machen muss. Gemüse, ein Topf, nein, ganz bestimmte Nudeln. Und kann hier noch ein paar dreien? Komm, blaue Flecken sind die auf der Eingang. Erste-Hilfe-Verbände. Ach, das geht erst mal so, oder? Jetzt mache ich erst, wenn wir losgehen. So, warte mal, ich muss mal nach was gucken. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, sag ich doch. Wenn der Eintopf sollst du machen, schreib ich vor. Wer hat das geschrieben? Am besten, ihr lasst die Tür offen, dann bleibt das Haus ganz. Ich glaube auch. Der wird dein Geschützter hinter das Haus. Ja, ich glaube auch. Das schreit. Jetzt will ich hier um die Ecke gehen, jetzt hängt ihr den Stuhl. Oh, Heckenschuhl. Alter. Aber die Penner einfach mag doch die Manu nicht so gern. Ich soll dich daran gewöhnen. Auch noch hier Edelessen kriegen oder sowas, hä? Im Übrigen, Frau Tiptup, hier sind 14 Kerzen in der Ausgabe. Wenn ihr glaubt, dass ich das nicht sehe. Die habe ich aber dann. Ach so. Was für eine Ausgabe? In der Ausgabe der Werkbank. 14 Kerzen? Hast du die gemacht, Grit? Nein. Ich auch nicht. Vielleicht habe ich sie gemacht und habe es vergessen, aber aktuell kann ich mich nicht daran erinnern. Ich meine, wir müssen hier... Er schießt mir da draußen. Ja, ich. Was weiß ich nicht, was los ist hier. Hier steckt der Bär. Oh, das ist aber bedauerlich. Ich kann meine Bedauer geradezu füllen. Ja. Ich auch. Mit kochen wird es wahrscheinlich scheitern, weil wir kein Tierfett mehr haben. Manu, wir brauchen... Doch, in der Einlagekiste. Kommen wir mal vielleicht ein paar Tiere. Er rettet hier. Wo ist das? Oh ja, danke. Da ist Tierfett drin. Der Tag ist hier rettet. Ich kann Penne-Eintopf kochen. Ich bin das. Ich bin das hier. Nehm dir. Ich wusste, ich habe in die Einlagekiste noch Tierfett reingelegt gehabt. Ja, sehr schön. Ich kann ja mal gucken, ob ich hier ein Tier kriege. Ja, das wäre gut, Manu. Das wäre super. Das wäre gar nicht so verkehrt. Also im Feuer ist auf jeden Fall noch Wildbrit-Eintopf. Nee, Kartoffeln mit Steak. Und jetzt koche ich Penne-Eintopf. Ja. Da steht hier noch ein Fenster kaputt, ich sag's dir. So, als nächstes auf meiner To-Do-Liste steht, äh. Hier ist es auf meiner To-Do-Liste steht, die Mods herstellen. Da gucke ich, was ich brauche. Und zwar brauche ich für die Fahrzeuge, brauche ich. Da, Kunststoff, Säure, oh oh, und da wird's habern, obwohl wir haben Säure, ne? Wir haben auch Säure und mechanische Teile. Kunststoff, Säure, mechanische Teile, Kunststoff, Säure, mechanische Teile. Und Stahl. Das Haus ist wieder ordentlich. Was? Unser Haus ist wieder ordentlich. Das ist toll. Bring mal. Ich wollte ja mal so... So, jetzt, ähm... Also ich mach gleich vier Stück, nehm ich eine noch für den Truck. Na? Ja. Und hier schneller fahren, soll ich die uns auch bauen? Wie kommt die denn da raus? Ja, ja, ja. Ist die jetzt da raus, oder? Oh Gott, ne, hier sind ja noch mehr Fenster kaputt. Kommt die denn mit her? Die da raus? Das ist ne neue. Ja. Ich weiß nicht, die kamen hier raus aus dem Block. So, da brauchen wir... Oh, da brauchen wir aber noch ein bisschen Stahl. Die muss ich schon mal anstellen. Wir hatten doch die Sparmod, hatten wir da auch noch. Wen? Die Sparmod hatten wir da auch noch gefunden, oder? Ja, 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 ja. Die, die hab ich ja jetzt, die läuft schon. Auch aber noch ein bisschen, 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 obwohl das reicht. Lass mal noch ein bisschen Stahl durchlaufen. Dafür brauche ich weiter. Davon? Hallo, du hast wieder Freunde. Das war am Aufrollen, ne? Und nachher muss ich den ganzen Krempel wieder wegräumen, was ich hier in meinem Tisch habe. So. Von der Superlade mach ich auch nochmal vier Stück. Hier. Gut. Dann können wir die ins Auto und ins Motorrad reinmachen. Jetzt räum ich den Krempel wieder weg. Also noch zwei. Und zwar. Dat weg. Dat weg. Dat weg. Dat weg. Dat weg. Dat weg. Plastik hab ich noch. Das. Das kommt hier wieder rein. Zack. Und. Zack. Und das Stahl hier oben. Läuft da gerade was durch? Oder läuft das nur so? Das läuft nur so. Ach so, ja, da läuft, warte mal, ich kann was anstellen. Ähm. Ein bisschen Blei. Und auch nochmal ein bisschen Messing. Genau. Das war eine andere. Hm. So. Ne? Stahl. Du hast Freude, oder? Du hast heute Spaß, ne? So. So. Ne? Ne? So. Hab schon mir so ein Haugen gelehrt in mein Tisch. Ich kapiert das immer nicht. Eher nicht. Ich kenn das. Ich kenn das Gefühl. Also das ist wirklich auch ganz, äh. So. Warte mal. Und jetzt wo das ist eine Küchenein, ein Ding. Ah, jetzt weiß ich was ich machen wollte. Eine Küchen, ähm, ein Lagerkiste gibt. So. So? Kiste. Beschreibbare Aufbewahrungskiste braucht die Näschel. Ich hab aber auch überhaupt keine Rehe oder sowas. Keine Rehe? Ja. Also braucht man ja Papier. So. So. Wir werden jetzt auf unserer Verande, äh, auf der Verande, äh, auf der Verande, äh, so eine gute Idee ist. Weiß ich nicht. Ähm. Hallo, Hasi. Hallo, Hasi. Hallo, Hasi? Oh, Hasi. Oh, Hasi. Gibt kein Fett. Gibt kein Fett. Gibt kein Fett. Wenn wir die jetzt hoch genug hängen, ne? Die Aufbewahrungskiste, wenn wir die jetzt hier oben hoch genug hängen. Ja. Ja. Kommen doch da keine Zombies ran, oder? Wo hast du die denn hingehängt? Warte, ich guck mal. Doch, hab ich sie nicht hingehängt. Ach so, noch hast du nicht hingehängt. Ach so, ach da, Hasi. Wollt ihr immer so viel Party zu Hause haben? Also, wir nicht, Manu schon. Manu braucht Beschäftigung. Manu tötet gerne, um Aggressionen loszuwerden, wie sie sonst an mir oder an Grit auslässt. Ergo lassen wir sie ihr Spielzeug haben. Ah, war. Oh, da ist schon eine kleine Schreie auf dem Weg. Oh nein. Ähm, Grit, wo bist du denn? Im Haus. Ich bin doch hier im Haus. Ich guck hier gerade, warum? Wo bist du? Draußen? Warte mal, oder? Ich mach die hier oben in die Ecke rein. Da mach ich sie hin. Was hältst du davon, wenn ich die Kiste einfach hier oben in die Ecke reinhänge? Ja. Das ist gut. Da werden wir jetzt dann eine Dingskiste draus machen. Eine was? Eine Bibliothekskiste. Ja, gut. Ja, das ist ne gute Idee. Da kommen da die ganzen Sachen rein, die wir nicht mehr brauchen. Ja. Biblio. Wie schreibt man Thek? Biblio. Bibliothek. Ich weiß nicht. Das sieht doch scheiße aus. Irgendwas steht auf Stimme. Wie scheiße. Kann man eine Bibliotheke nicht entscheiden? Biblio. Treppe einfach Bibo. Bibo. Reicht. Unter dem T ein H. Also doch. Weg. Bibo. 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 Reicht. Ja gut, dann ist das so. So ist das perfekt. Mit dem H. So. Ähm. Ich geh jetzt mal an die Bücherkiste. Oh, warte mal. Mach ich ja mal runter. Oh. Oh. Ah. So, meine Kiste kann ich ja, siehst, ich hab hier nämlich noch die ganzen Klamotten, die kann ich da erstmal wieder reinpacken. Zack, 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 zack. Und äh. Dinge. Damit hätte ich auch nochmal malen müssen. Ah. So. Klingst außer Atem. Ja. Das klingt. Ja, das ist der Pausewecker für den Stream, dass man sich mal hoch bemüht. Achso, jetzt hab ich kein Holz. Lass man sich mal. Wer hat denn hier die Tür offen gelassen, Frau Tiptop? Äh, ich. Ich muss jetzt wieder raus. Mhm. Ja, ich hab doch Dings. Was ist das? Was hast du? Ich hab doch Holz in der Tasche. Also von daher, warum macht er das? Ich hab du hast. Ich hab du hast. Wo ist noch mal Stoff? Ja, ne? Stoff, der kann hier mit rein. Schawupp. So. Nadel und Faden. Wie man die, wie man die Kästen... Ich hab's gerade hier rülpsen hören, irgendwas Großes. Das war ein... ich mache es nicht noch mal so okay also wenn ein topf ich habe kein holz hier hat also ich habe noch ein bisschen holz damit fertig kocht die weißen werden diesen schön da läuft nämlich jetzt auch noch wieder ganz viel wasser durch und wenn ihr hunger und durst habt es ist die beste so nie die moni habe ich auch noch die ganze schule ein gewisses moni ganz stressig ja doch sie doch schon ganz toll aus die machen hier alles kaputt und dann habe ich geschossspitzen ich habe die munition am hortentag genug genug also wir haben ein zwei drei ich kann ja mal die munitionskiste zeigen schrotflinten haben wir wieder plus einmal 85 ja das ist das sieht schon ganz gut aus glaube ich ja die mache ich hier auch mal rein weil im grunde brauche stehen hier in heiße oder ich schreibe nicht weil ich nicht da bin dann dann sagt die nix dann ist das doch nicht weiß ich was mir fehlt mir fehlt repair kit dann ist die traurig dann sagt die sind noch repair kitsch da zwölf stückchen hier noch in der teile 3 da muss ich auch wieder herstellen muss die pistole nämlich mal reparieren das sehe ich gerade die bücher gelesen nein warte ich komme ich vergesse das immer aber die mods laufen durch also die können wir dann gleich in unsere sachen rein was hier noch geschlossen das ist ja das was grid lernen soll alle anderen habe ich gelernt ich glaube ich habe auch alle ein buch ist geschlossen was ich lernen soll dass du nein erwarte ich tue es ganz unten da weißt du welches das ist ok das ist noch mehr sind bei mir noch geschlossen ganz rechts unten in der ecke der das solltest du ja lernen und in der ecke bauplan ja ok benutzen so dann gucke ich mal was ist denn hier noch ich habe noch haben warum sagt mir das denn keiner und die randalierte und wollte ich nur mal gesagt haben oder einer sein wirklich das ist duplikat natürlich ist antibiotika das benutze ich auch mal und die anderen mann auch bist du sicher dass du geschaut hast mit bücher lernen aber ich komme den unterhebler da ist nämlich auch ein bauplan unterhebler drin das vielleicht lernt ich weiß ja nicht ob du gewähre bauen kannst er ist da drin und schloss ansonsten ich für mich ich habe jetzt nur dieses natürliche und das richtige antibiotika gelände zeichen kann ich die dann auch noch bauen also ich habe 25 mal aloha die mache ich hier mit rein 25 mal aloha oder habe ich immer noch gar nicht gleich in meinem tisch ach das kann man vielleicht jetzt mal mit in die essenszubereitungskiste ja das war ganz furchtbar ich nehme jetzt auch mal hier so ein bisschen schmackhaften penne eintoppt das ist berühmt momentan noch nicht tatsächlich kaffeepulver kommt hier mit rein kann es sein dass sie hier unten ganz schön randaliert ich finde dass sie gar nicht mehr hier unten klingt sondern näher am haus weil ich weiß ja natürlich nicht so genau das müssen wir mal kontrollieren ich habe jetzt auch gelesen hier da alles da unten sind zwei drinnen darüber ist einer drin ich wusste es doch ja das ist wirklich so noch einer reingefallen vielleicht ja da muss ein dicker drin sein der randaliert bestimmt ich mache das fertige essen jetzt hier weil sie schreien als wenn die hier ist schon mal gucken wie klingt jetzt wenn die hier schon fast am haus ist müsste stahlwände machen leute die tür ist weg welche tür die tür der schmiede okay dann machen wir nicht dann brauche ich dir eine stahltür manu ich schreck aber brauche ich dir eine stahltür okay ja und da ist eine äh der macht immer öh den schieß ich jetzt ab moment was habt ihr mich doch ihr habt ihr wolltet mich für bekloppt erklären siehste niemals würden wir das tun nie im leben guck mal wie manu schweigt du guck dir an wie manu schweigt ich muss die schreierin erschießen es ist ruhe ruhe es ist ruhe ich weiß gar nicht was ich davon halten soll dann wollten wir eigentlich heute noch mal los irgendwie meine tasche nicht leer ich weiß nicht was hier los einlagekiste wäre eine sache da hat ihn die tür weg gehauen so dann muss ich die ganzen dosen noch los werden und ratzenfutter hundefutter das weiß ich nicht alles für futter was ist das für ein tier das kann hier rein das kann ja blut 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 die ist ja schnell gesetzt die brauchen wir ja bloß hinsetzen so kartoffeln die können hier mit rein so ich glaube ich glaube nein bier bier habe ich noch mal nur ein ganz viel bier oh ja bier ist gut ich freue mich weg oh die einlagekiste ist da leer mhm raten was ich gerade mache aber ich sehe keinen gut drauf aber ich sehe keinen gut drauf so ich sehe nicht die 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 die